ne diesel ja aber diesel ist von anfang gar nicht so eine schlechte map die ist wenigstens nicht so groß die ist wenigstens nicht so groß und naja wir können natürlich auch offline spielen was heißt offline also private spielen und das problem private ist dass ihr ja mein video seht das ist dann ein bisschen blöd just retro hatte mein crossplay aus ja das ist natürlich schlecht das musste anmachen hatte ich aber bei der playstation auch immer aus weil keiner auf der playstation gegen den pc spieler spielen hat einfach nicht nicht private hat gestern nicht funktioniert ja nee ich finde auch private ist es dumm wenn ich wenn ich streame das macht halt wenig sinn du musst mir mal noch mal erklären was ich bei obs noch einstellen muss dass ich keine verzögerung habe also dass ich so eine niedrig die niedrigstmögliche verzögerung habe dass ihr mich seht ok ok wir sind wir müssen doch alle in einem team seine ja oder alle in einem team ja direkt werde ich abgeschossen das ist klar ok leute wir müssen jetzt gewinnen ihr habt zwar mich im team aber wir haben trotzdem eine chance ok leute ok ich freue mich dass wir jetzt einfach mal alle zusammen spielen dass das endlich mal klappt dieses schild hier sah doch übel fishy aus ganz ehrlich das auto ist übrigens grün grau den schildern nie als ob er wirklich da drauf steht also er ist gut ich meine es was geil ist ich kann gleich mein dreistes versteck hier ausprobieren muss man aufs pfeifen achten ok dann haben wir sogar level aufstieg krass muss man endlich prestige werden muss halt am pc neu anfangen weil ich leider mit meinem falschen konto mit meinem falschen also ich habe mir ein neues konto am pc gemacht um das spiel zu kaufen weil man es am pc ja leider noch mal neu ok schade noch mal neu kaufen muss was ich auch ein bisschen doof finde aber gut die versuchen halt abzucachen so gut es geht was sollte ich jetzt sagen ja und dann habe ich mir einen neuen account erstellt und wusste nicht dass ich wenn ich den alten benutzt hätte mein spielstand übertragen hätte können also musste ich am pc neu anfangen das auto ist pink glaube ich ja das auto ist pink da hast du recht das definitiv grün das ist das ist ein gelb grün aber es also in meinen in meiner welt ist das grün in spikes welt ist es gelb mr frister ich habe ihn gekillt ich dachte ich hätte nur items zerstört ok nur noch eine requisite leute ok das hat direkt hier gefiffen ich soll vielleicht mal eine flash werfen ok für geringe latenz müsstest du neu starten ja ja nee ich meine das ja für nächstes mal du sollst mir nur mal erklären wie das geht weil ich vergesse es jedes mal und irgendwie rundensieg easy leute easy und ich weiß nicht wie das geht wo ich was ich da einstellen muss mit der geringen latenz aber ich glaube es ist nicht so schlimm oh hier annie killcam nicht schlecht nicht schlecht und man kann so ein kleines eis ding sein ok ich glaube ich war das sogar schon mal ok leute ich hoffe wir haben jetzt ein bisschen item lack auch hier sind kaktus ok wir sind das ding ok ok leute wir müssen uns jetzt gut verstecken ich habe eine idee ok da ist noch ein anderes teil ich habe eine idee wo ich hingehen kann allerdings muss ich mich dafür ein bisschen beeilen weil wir noch zehn sekunden nein da kann man nicht drunter wie belastet das denn dachte ich kann da easy drunter gehen natürlich schlecht jetzt das ist natürlich schlecht jetzt ich sollte mich eventuell verstecken leute bin schon wieder das beste beispiel aha hier ist jemand versteckt drin oh gott oh gott oh nein oh nein leute oh gott ich versagt schon wieder kläglich hier ok irgendwie oh nein da ist er irgendwie muss ich hier weg ok den haben wir abgehängt den haben wir abgehängt ich bleib mal kurz hier stehen oh gott ich bin sehr gut versteckt habe noch mal eine frage punkte dabei gibt es ja eine spalte für ziele wann bekommt man wenn man einen abgeschossen hat wenn ich bin der meinung wenn man einen abgeschossen hat dann steht da ziel 1 also wenn du eine requisite gefunden hast wie haben wir es gerade geschafft oh gott nein ey das darf nicht wahr sein das darf nicht wahr sein hätten wir nicht gefürzt hätte der uns nicht gesehen weißt oh niederlage sind schon alle tot wenn du dich zum beispiel versteckst und lange dafür hältst bekommst du punkte und fürs finden und echt mal kommt was war das für ein sound das war das für ein sound mutter hat essen gezaubert sehr geil sehr geil mir zaubert keiner essen zumindest momentan ist niemand zu hause außer mir aber vielleicht wird mir nachher was gezaubert wobei wir haben vorhin speed grillen gemacht meinst klingt falsch wir haben nicht speed gegrillt sondern wir haben wie hat wie hast du das gemacht kam so auf dieser sound ich habe sowas nicht hast du so schade dass wir haben eben schnell gegrillt wenn meine freunde noch weg wollte wir uns beeilt und ich habe theoretisch noch sachen übrig aber leute lecker speed ja lecker schön in die alufolie auf dem grill und dann getrunken näher ich meine wir haben uns echt beeilt beim beim so hier wollte ich vorhin eigentlich hin ich finde es schade dass man hier nicht durch kann dass auch immer die sich dabei gedacht haben dann haben wir uns mit grillen beeilt und ich habe noch reste übrig das ist eigentlich alles was ich sagen wollte dass wir noch erste von kröner und stehen auch unmittelbar in meiner nähe ich musste mir übrigens einen neuen pausescreen machen aber jetzt nachgemacht weil das bei einem von euch gesehen hat mit dem versteck da aber hier hat es auf jeden fall noch gefiffen okay wir haben auch einen geflasht anicom mit ach so du hast leider zu sehr verzögert ne aber hier muss jemand sein denn ah ja denn ich habe ja jemanden hier geflasht ich gucke nie nach kakteen irgendwie fällt mir gerade mal so auf wo das eigentlich dumm ist läuft eigentlich auf meine aufnahme okay ich nehme auf und ich streame yo ich dachte da hat sich so einer dahinter gebackt aber das scheint mir nicht der fall zu sein ja ich habe mir auf jeden fall einen neuen pausescreen gemacht denn der alte wurde natürlich bei youtube gestrikt also ist nicht schlimm die haben nur die einnahmen für sich beansprucht und da ich bei youtube eh keine einnahmen habe vor allem nicht auf dem kanal wo ich meine streams hochladen ist das alles nicht so schlimm okay okay hier hat es gepfiffen muss dahin oder sie scheiße das war schlecht okay easy snack wieder gewonnen leute wir sind gut wir sind gut okay ne ziele hat nichts damit zu tun wie viele leute man abgeschossen hat denn ich habe niemals acht leute abgeschossen vergesst was ich eben gesagt habe beim stream schlüssel sollte eine einstellung geben aber die geht in der tente verbrauchergerät ein handy tablet hat mehr latenz als pc ja das stimmt ich hab das auch noch wenn wir das ja ich weiß nicht ich weiß nicht jetzt muss ich mir kurz erstmal ein versteck suchen komm ich riskiere es okay wir sind ein kaktus okay dann gehe ich mal schnell weg hier hey hör auf mich hinterher zu laufen wer ist das kann es leider nicht sehen hey frechheit absolute frechheit okay scheiße scheiße das war schlecht wer war das wer hat sich hier wer hat mich zugebaut wer hat mich zugebaut ich bin voll schlecht ich habe noch keinen noch keinen kill ja ist ja nicht schlimm das ist nicht schlimm weißt der proper ist hier am besten und rosa nika die kennen wir aber nicht oder den und annie ist natürlich aber am zweitbesten und wir sind immer auf dem dritten platz er hat mich sofort gefunden da stimmt doch was nicht ja das mit dem stream schlüssel ich guck das morgen mal nach oder beziehungsweise heute abend wenn der stream vorbei ist mal schauen das kriegen wir schon irgendwie hin dass das so zeitnah wie möglich auch bei euch ankommt was ich hier sage ich weiß auch gar nicht wie die standard einstellung da ist die ich ja scheinbar habe weil ich habe ja nichts verändert trink mal ein schönes heller erdbeerwasser was ich neu für mich entdeckt habe wie war dein tag ein tag war gemischt ich habe ja immer noch ein bisschen probleme mit meinem bein wo ich die operation hatte wir mussten heute einkaufen gehen und ich sag mal so ich wohne auf dem berg das bedeutet wenn man zu fuß einkaufen geht muss man auf den berg auch wieder hoch und dann in der prallen hitze mit denen mit den zwei schweren tüten das war auf jeden fall nicht so geil aber mit dem bein geht es immer besser ist echt gut verheilt denk mal hörst du das was andere mikrofon sagen probierst mal aus ich kann es dir nicht sagen ob ich das hügel hügel habe ich hügel gesagt ja ich habe berg gesagt dann sonst hätte sich doppelt das freut mich zu hören wegen dem bein ja es ist auf jeden fall besser das freut mich dass ich mit mikros aus also ich glaube ich kann euch auch hören ohne dass mein mikro also dass mein mikro im spiel an habe ich glaube das sind zwei getrennte einstellung aber das lässt sich immer gerne explodieren man kann auch so ein riesen ding sein ne ich war also ein riesen kaktus ich war das schon mal ja ansonsten war mein tag gut und wie war deiner weil auf hier deine deine emotes dreist in meinen chats zu posten ich will meine eigenen emotes wobei die spike emotes sind auch wild man was ist denn hier los nur täusche items kann ja wohl nicht wahr sein eh nur trock bekomme immer lachflash wenn ich die sehe ja wenn ich dein gesicht zurückkriege auch mal lachflash vor allem das ist so nichts gehört nichts gesehen nichts gesagt deine emojis ach mal das pfeifen kam doch direkt von hier ist vielleicht hier drin eine ok den haben wir den haben wir ja spike simoz ist einfach nur wild an bierkästen man muss auch nach den bierkästen ausschau halten hier versteckt sich irgendwie nie einer in diesen ecken sagte er und pass auf alles was ich da fand ok das ist stark aber wie ist er da hingekommen muss leider nachladen ok wie ist er da hochgekommen vom panzer ist er vom auf den panzer kann man nicht drauf ist er da hochgekommen frage ich mich das versteckt war nice xp nehme ich immer mit leute die lasse ich mir nicht nehmen eine person noch noch eine minute 40 gleich mal hören wo es pfeift hätte mir jemand hätte mich jemand vor fünf jahren gefragt na wo siehst du dich einfach im mode auf twitch ja es ist auch eine gute ein guter berufswunsch ich werde später wenn ich groß bin im mode bei twitch kaktus keiner der rennt was kaktus keiner 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 kaktus wie schafft ihr es in den chat zu schreiben und gleichzeitig zu spielen ich schaff es ja nicht mal zu lesen und zu spielen kleiner du machst wahrscheinlich kleiner kaktus ja jetzt ich habe mich einfach verlesen du hast doch kein kleiner gelesen ach alter du hast auch kleiner geschrieben aber ich habe keiner gelesen was sind deine stärken bin ein emote ja also in jedem bewerbungsgespräch kommt das gut das pfeifen war hier in der nähe das pfeifen war hier in der nähe werfen wir da eine flash hin perfekt gar nichts gebracht so kaktus die frage ist konnte er noch mal wechseln oder nicht wir müssen gewinnen ja ok easy leute der rennt hier um der kleine kaktus ich habe ihn kein einziges mal gesehen einer ist neben dem gelben gas ah ok da ist er der kaktus rosa nika hat ihn geholt leute ich hoffe wir finden jetzt eine bessere map leute ich recell sie über eureuu nicht